Liebe Bürgerinnen und Bürger in Beratzhausen, ich freue mich sehr, dass Matthias Bär Ihr Bürgermeisterkandidat ist. Ich kenne Matthias sehr lange. Er ist ein sehr kluger Kopf und ein unglaublich engagierter Mann. Er brennt für seine Heimat Beratzhausen. Und wir brauchen junge Menschen, die die Zukunft gestalten wollen, die nicht nur Probleme beschreiben, sondern Probleme lösen, die arbeiten möchten zum Wohle der Menschen in ihrer Heimat. Und deswegen hoffe ich, dass Sie dem Matthias am 15. März Ihre Stimme geben. Wäre ich Bürger in Beratzhausen, ich würde Matthias Bär wählen.